In diesem kurzen Video möchte ich euch die Menüführung des LG 50UH635V zeigen. Entscheidend ist, denke ich, der 635 Bezeichnung, die 50 für die Größe. Ich hatte vorher einen Samsung-SED-Fernseher, knapp drei Jahre alt. Der ist vom Bild her wesentlich schlechter. Das Bild ist gestochen scharf. Das ist jetzt hier HD. Ultra HD ist noch mal im Nuancen besser. Ich habe da ein, zwei Fotos auch mit eingestellt. Auch die Anschlüsse sind auf den Fotos zu sehen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich möchte euch jetzt wirklich rein in die Menüführung zeigen. Unten seht ihr lustiges Piktogramm, wie lautstärke. Das wandert jetzt lustig vor sich hin. Zum Beispiel als erstes das sogenannte Live-Mü. Hier kann man selber, hier sieht man immer zuletzt gestartetes, die zuletzt gestartete App. Das ist ganz links. Und daneben sind halt verschiedene Mü-Punkte, die man selber auswählen kann. Die kann man auch entsprechend selber dann sortieren, löschen. Das ist hier ganz hinten. Das dritte geht schneller. Da kann man die entsprechend hier bearbeiten, verschieben und so weiter, löschen. Zum Beispiel Amazon habe ich dann dringelassen. Das lustige Symbol da, wenn man es jetzt löschen würde. Netflix ist da, da habe ich entfernt, da ich das nicht nutze. Also wirklich sehr gut gemacht. Erweitern kann man das, indem man in den LG Content Store geht. Und das ist jetzt perfekt. Mein Switch macht mich an. Das macht bloß der Ton zu hören. Also der Ton ist auch wirklich sehr, sehr gut. Für die kleine Größe immer muss man sagen Respekt. So, mal gucken. Jetzt dürfte mittlerweile der Router hochgefahren sein. Achso, kleiner Punkt am Handel. Wenn ihr Netzwerkplayer habt, wie zum Beispiel Synology oder andere, da kommt ihr dran über Foto und Video. Ich habe mit einem Wolf gesucht, bis ich irgendwann auf diesen Punkt gestoßen bin. Hier zeigt er dann, seht ihr, hier zeigt er dann entsprechend die Sachen an, die Server, die verfügbar wären. Das ist ein wichtiger Punkt, den sollte man nicht vergessen. Ansonsten kann man natürlich auch bei Plex darauf zugreifen. Plex hatte ich eigentlich den Vorteil mit der normalen Plex App, dass ich Aussätze hatte. Obwohl mein Synology direkt im Netzwerk hängt, über ein entsprechendes normales Ethernet-Kabel und nicht über irgendwie Stromnetzwerk oder ähnliches, hatte ich da ein Problem. Es gibt eine sogenannte X-Play App. Das ist ein abgespeckter Plex Player. Der funktioniert wiederum tadellos. Aber nutzen geht das auch über diesen Videopunkt. So, ich gehe jetzt mal in den LG Content Store mal rein. Ich zeige euch den mal kurz. Oh, wie lustig diese kleinen Symbole. Relevant ist dann wirklich der Punkt Apps und Spiele. Da gibt es wirklich Massen an Apps. Nicht alles ist sinnvoll, aber es sind wirklich auch Apps dabei, die sinnvoll sind. Wie zum Beispiel die sogenannte X-Play App und diverse andere Apps. Da kann man alles entsprechend nachladen. Man kann sich selber anmelden. Meine Seite. Man kann suchen hier direkt. Suchen ist allerdings mit der Fernbedienung. Ich zeige euch die nochmal kurz. Wäre jetzt ein bisschen fitzellig. Man kann aber auch Tastaturen anschließen. Da geht vieles. Die Fernbedienung reicht aber im Übrigen völlig aus. Also das ist zwar eine kleine Fernbedienung, aber wie ich finde völlig ausreichend. Es sind alle relevanten Tasten dabei. So, ich gehe jetzt zurück. Hier Live TV wäre dann zurück. Ich zeige euch mal das normale Menü. Das ist ein sogenanntes Kurzmenü. Da kann man den Wildmodus einstellen. Nach dem was man gerade macht. HDR Effekt kann man rein nehmen. Das ist wirklich gestochen scharf. Also man sieht da keine Pixel. Selbst wenn man davor sitzt. Das ist echt der Hammer. Ich gehe nochmal rein ins Menü. Format. Audio Wiedergabe. Audio Wiedergabe ist ein interessanter Punkt. Weil man kann zum Beispiel auch Bluetooth nutzen. LG Sound sind optisch. Hier wäre dann Bluetooth. Wenn man zum Beispiel Kopfhörer anschließen. Das finde ich sehr praktisch. Allerdings geht es dann nur, dass man nur über die Kopfhörer bekommt. Wenn man über interne Lautsprecher. Wie jetzt hier mit Audioausgang. Optisch. Da habe ich meinen Funk-Kopfhörer dran. Der da steht. Da kann ich über Funk-Kopfhörer hören. Meine Frau kann ihre eigenen Lautstärke entsprechend hören. In dem normalen Lautsprecher. So. Über das Menü kommt man auch in das normale Menü. Nämlich da unten. Alle Einstellungen. Hier wäre noch Sicherheit und Schlimmer Funktion. Normale Einstellung. Dann öffnet sich ein neues Menü. Auf der linken Seite dann. Und hier sind dann noch mal wesentlich mehr Punkte auszuwählen. Netzwerk. Allgemein. Es müsste auch. Es sind viele relevante Sachen drin. Die Einrichtung im Übrigen. Am Anfang war super einfach. Ich habe mich ruckzuck durchgeführt. Hat ruckzuck die ganzen Sender über Satellit gefunden. Bei mir in dem Fall. Also das funktioniert wirklich. Kann man sagen. Top. Ich scrolle einfach mal durch. Jetzt habt ihr mal einen Einblick davon. Wie gehen die Menü so aussehen. Es gibt natürlich auch LG Connect Apps. Wo man dann entsprechend sich verbinden kann. Mit dem Handy zum Beispiel. Und dann wenn man halt Quick Start auswählt. Dann spart er keinen Strom. Dafür startet der Fernseher sehr schnell. Und das gleiche mit den LG Connect Apps. Da wo man halt ein bisschen auf Strom fahren verzichten. Dafür wiederum landet man ganz schnell in den Sachen. Ja. Hier sind die Infos. Um zu sehen. Ist auch sehr schön. Wenn man umschaltet oben. Steht direkt das. Was gerade läuft. Und ich sage mal. Das sind jetzt wirklich die wesentlichsten Geschichten. Die es hier gibt. Hier ist noch Videotext. Da kann man auch den Index aufrufen. Geht man durch den Standardtext. Das ist das hier. Das sind Videotextoptionen dann. Das wird dann jetzt tot. Wahrscheinlich weil ich. Guck mal so. Jetzt kann man da direkt springen. Aktualisieren und so weiter. Also viele viele Funktionen. Hier kann man dann auch über die andere Taste links oben. kann man direkt die einzelnen Ausgänge. Eingänge wählen. Die man hat. Es gibt einen sogenannten Livezoom. Kann man dann rein zoomen. Kann das Bild erfassen. Screenshots ablegen. Mit einem Guide dabei. Wo man halt ein entsprechendes Fernsehprogramm bekommt. Wie gesagt. Für HDR. Kann man sich sehr schön. Mal die Beispielsvideos und Fotos angucken. Die ich drin habe. Ich kann aber auch mal gucken. Das Video läuft jetzt schon 7 Minuten. Ich öffne jetzt mal schnell das Amazon Video. Den Amazon Video Store. Hier gibt es eine kleine Sache. Wenn ich HDR-Videos abspiele. Dann sagt der mir allerdings ich hätte 1080p. Ich weiß nicht ob das ein Problem in der Anzeige ist. Da wollte ich nochmal LG anschreiben. Weil eigentlich sah das so aus. Wenn er tatsächlich. Also von der Qualität her. So sieht das wirklich nach Ultra HD aus. Machen wir das hier zum Beispiel. Ja. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht warum er bei solchen Videos. Mit Pin haben möchte. Aber gut. Das sind rein Naturvideos. Am Anfang ist es ein bisschen unscharf. Weil er lädt natürlich noch aus dem Netzwerk. Nicht wundern. So. Jetzt hat er geblendet. Ich bin jetzt endlich dran. Das ist wirklich der Oberhammer. Ich hoffe man kann es später auch noch auf dem verzerrten Pixel Video von Amazon sehen. Ja. Das war es mit diesen Eindrücken. Dann komme ich raus. Der Fernseher ist absolut genial. Und für mich eine Empfehlung wert.